hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video heute geht es um die rosebud troppi eine million simoleons wie bekommen die am schnellsten zusammen in diesem video zeige ich euch ganz genau schritt für schritt wie man das ganze macht im prinzip einfach den schritten folgen und dann kann nichts mehr schief gehen im endeffekt wählt ihr einfach nur die familie aus denen ihr mehr oder weniger das geld rauben wollt lasst sie dann zu euren sims ziehen müsst natürlich das häkchen mit rein machen dass alle möbel verkauft werden da die npcs es ja eh nicht brauchen das ganze macht ihr mit ein paar verschiedene nachbarn wenn die nachbarn auf dem eigenen welt nicht mehr ausreichen einfach in eine andere welt was ihr dabei nicht vergessen dürft dass sie am schluss wenn ihr alles gemacht habt die ganzen leute wieder aus eurem eigenen haus halt raus werft so now can you tell me will you want to be in time there's a million different places and a million different heights i'll climb the tallest of the mountains the highest i find so that i can look over before me what is mine can you say that i disappeared can you say that it wasn't there for you when you went into hiding on the front steps of your porch and i reflected on the memories but i put out that torch ja das ganze werden wir hier jetzt nochmal im prinzip wiederholen und dann ist es eigentlich auch schon soweit erledigt das einzige was wir jetzt noch drücken ist auch jetzt spielen in unserem eigenen haushalt versteht sich und nach der ladezeit er blinkt schon die trophäe dann danke ich euch fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten mal eure sui star ja 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 ja